Okay, so. Was haben wir noch? Elemental Resistance? Nein. Oh, doch, doch, doch. Schock. Elemental Resistance. Schock. Target becomes immune to shock damage. Duration rounds. Resistance lost. Chance. Chance of successful casting spell. Ähm. Duration ist eigentlich so in Ordnung. Vielleicht sogar so. Weiß ich nicht. Und dafür so. Dann hätten wir. Obwohl die Chance ist, egal. Dann zaubern wir einfach immer wieder. Können wir sogar so machen. Dann hätten wir eine Chance. Von aktuell 6%. Das ist ein bisschen zu wenig. Aber Duration, ja. Lassen wir einfach so. So. Elemental Resistance. Shock. Nein. Dann lassen wir Elemental weg. Resistance. Shock. Bye. Okay. So. Was haben wir noch? Ähm. Photify Attribute. Nein. Free Action. Ah. Free Action. So. Target is immune to paralyzation. Das ist immer Kasse an dem Momentan. Ähm. So. Edit. Äh. 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 Das ist eigentlich auch in Ordnung. Koste kosten 6. Das ist, finde ich, vollkommen egal. Ähm. Äh. 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 Vollkommen in Ordnung. Free Action. So. So. Kaufen. Zack. So. Was haben wir noch? Heal. Haben wir schon ein Identify. Wir können selbst identifizieren. Koste kann Identify. Target Object. Geil. Das ist richtig geil. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Identify. Identify. Nein. So. Wird gekauft. So. Was machen wir uns noch? Identify. Invisibility. Brauche ich nicht. Jumping. Nein. Levitate. Levitate. Ist ja nicht schlecht. Ähm. Machen wir vielleicht so. Okay. Wir geben uns mit dem Minimum zufrieden. Ähm. Levitate. Bye. So. Was als nächstes? Was haben wir noch? Light brauche ich nicht. Lock. Open. Open wäre in Ordnung. Äh. 27 Kosten. Das ist viel angenehmer. So. Exit. Zack. Open. Und Bye. So. Mal sehen. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Open. Pacify. Was ist das? Animal. Deadra. Pacify. Deadra. Ich schaue mal gleich mal bei Google nach. Was heißt das? So. Pacify. 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 Beruhigt. Befriedet. Ah ja. Okay. Äh. Nö. Will ich nicht. Mal sehen. Was haben wir noch? Paralyzed. Nee. Regenerate. Nein. Shadow. Shield. Silence. Lowfall. Soul Trap. Spell Absorption. Reflection. Resistance. Hm. Spell Absorption ist nicht geil. Schlecht. Teleport. Transfer. Water Breathing. Und Water Walking. Wauen wir mal. Water Breathing noch. Für den Notfall. Kostet nur 5. Geil. Ist vollkommen in Ordnung. So. Water Breathing. Bye. Okay. Exit. Oh. Ganz schön viel jetzt. Sehr viel. Und die Mana Kosten sinken ja je öfter wir die Zauber anwenden. Äh. Äh. Jetzt haben wir hier zum Beispiel diesen Open Tower 139. Äh. Okay. Ich dachte vielleicht da ist schon wieder irgendwas geschwächt. Egal. Ähm. Und wir haben hier unseren Open Tower 27. Wo ist jetzt der andere? Da. Selbes Ding. So. Symbole und so weiter sind mir auch egal. Können wir notfalls im Nachhinein auch noch ändern. Ähm. So. Ich würde das jetzt gerne speichern. So. Jetzt weiß ich nicht wie lange ich schon aufnehme. Ich hab nicht vergessen nachzusehen. Warte ich anfange. Verdammt. Ähm. Es könnte. Ich könnte aber schon seit einer halben Stunde aufnehmen. Ich gehe einfach mal davon aus. was ich schon seit einer halben Stunde aufnehme. Ähm. Ich hab also noch eine Stunde und 10 Minuten. Was mache ich hier in der Zwischenzeit? Ich will noch irgendwas Inventar. Irgendwas, was weg kann. Ähm. Ja. Okay. Gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zur Bank. Ähm. Ähm. Halt mal. Moment mal, weil ich... Ach nee. Lass ich lieber. Äh. Bank. Müsste da vorne irgendwo sein. So. Was mache ich dann noch, was ungefähr eine Stunde dauert? Was könnte ich dann noch machen? Hauptquest vermutlich nicht mehr. Bei einer Quest bei den anderen? Vielleicht quesse ich ein bisschen für die Diebesgilde. Das könnte ich machen. Ich glaube, die Diebesgilde, die sagt auch nicht, wir sollen in ein Dungeon gehen, oder? Kann das sein? Hm. So. Banking. Deposit Letter of Credit. Und dann Deposit. 30.602. 2... 428.000? Geil. Damit haben wir schon fast die Hälfte. Äh. Haus. Äh. Da. Das wird unser Haus. 989.010. Die Hälfte wäre 405. Äh. Das gebe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Bin jetzt zu faul. 494.505. Ja. Keine 70.000, aber dann haben wir die Hälfte. Wir müssen wieder ein paar Wachen töten. Wir müssen wieder ein paar Wachen töten. Wie viele Tage eigentlich? 31 von 150 Kilo. Äh. Töten wir mal ein paar Wachen. Dazu reisen wir jetzt nach Daggerfall selbst zurück. Dauert einen Tag. So. Dann speichern. Dann verwandeln. Wer ist er denn? Hier ganz unten. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Da kommen sie. So. Das sind schon mal zwei. Das sind schon mal drei. Ich sehe da hinten auch keine mehr. Aber könnten die einzigen gewesen sein? Nein. Da sind noch zwei. Aber ich glaube, das sind tatsächlich die letzten zwei. Dann töten wir die noch schnell. Vielleicht haben sie ja ein paar D-Dra-Wachen dabei. Waffen. Nicht Wachen. So. Ein bisschen. Ach. Ich habe hier geschlagen. Hä? Hat er plötzlich zweimal gleichzeitig geschrien? Okay. Das war es tatsächlich. Dann wieder zurück zur Likon. Äh. Zur menschlichen Gestalt. So. Nein. Ich will meinen Hammer wieder. Zack. So. Einfach alles mitnehmen. Oh. Was ist das? Ist das ein Amantium? Eben. Geil. Äh. Wir werden so reich. Den da noch. Was ist das auch eben? Das ist Ebenholz. Zwei Ebenholz-Sachen. Das ist aber Eisen. Nein. Das ist Adamantium. Geil. So. Und davon haben wir auch nochmal drei. So. Och. Mithril. Und hier ja keine Ahnung was es sein könnte. Ach. Moment mal. Das hier. Das ist ein Plus-Fiel. Das ist ein Stahlhelm. Der bringt auch ein bisschen Geld. Hier Stahlsachen noch. Nicht schlecht. So. So. Nein. Nicht Food. Horse. Wir wollen doch jetzt zum Händler reiten. Ach komm. Beim Pferd ist zu fett für dieses Schild. Was mache ich denn jetzt noch? Ich glaube ich gehe tatsächlich für die Diebesgilde ein bisschen Questen. Das ist doch irgendwas. Nö. Okay. Verkaufen. Und wir kriegen 14.000. Also Dagger vornehmen die uns wirklich aus. Juro ist eigentlich nur zum ersten Teil Skill. 23%. Könnte höher sein. So. Dann gehen wir nochmal zur Bank. Und dann hauen wir da die ganzen, äh, das, die 14.000 rein, die wir gerade bekommen haben. Und dann gehen wir zur Diebesgilde und questen ein bisschen. Die Tür ist eh noch offen. die 15.000. Die 15.000. Nein, 14.000. 1817. Ja, nicht schlecht. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, nochmal speichern und dann ab zur Liebesgilde. Äh, die war wo? Irgendwo? Irgendwo dort vorne? Sie ist geil. Okay. Irgendwo dort vorne ist sie. Könnte das Haus dort vorne sein? Das hier nicht. Aber das hier, glaube ich, auch nicht. Vielleicht das da? Oh, ich bin, ich bin vorbei. Das Haus hinter dem, an dem ich gerade stehe. Das da. Stimmt, das war ja mit den Schweinen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Konnte ich das nur vergessen. So, Fuß und rein. So, wo war jetzt gleich nochmal der Typ, der mir Aufgaben gibt? Du nicht? Äh, äh, äh. Nein, hier auch nicht. Dann vermute ich hier irgendwo. Ja, da vorne. Hallo. GetQuest. We have heard our eye on your window. Never mind who we are. You're an up and coming member of this guild. If you were to do a special job for us, for no pay, we might look favorably on you in the future. What do you say? Yes. Your assignment is very simple. The king in Kirkcourtwood has recently bought a mark of this isn't enough worksmanship that we're interested in taking a closer look. You're gonna have precisely, 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 14 days to find a way into the palace absent with Saint Bauble and be back here. Not impossible for to remember of the thieves' guild. So, what are you waiting for in the office you? Okay. Das ist wirklich eine einfache Aufgabe. Also, einfach und schnell. Äh? Äh? Ah! So. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Hm, 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 hm. Kirkcourtwood. So, find Kirkcourt. Kirkcourtwood. Genau. Beginn! 14 Tage haben wir Zeit. Drei Raum für die Reise. Das ist in Ordnung. So, wir sind... Okay, Wolf passt noch. Also, vom Leben her. Ähm, so. Zum Palast müssen wir. Der ist vermutlich keine Ahnung wo. Hier nicht. Hier nicht. Da ist die Diebesgilde. Der Palast ist normalerweise... Ich war hier schon mal. Dark Brotherhood. Das ist so richtig schön, wenn das mal ein bisschen schneller läuft. Okay, ich schätze mal, dass das hier rechts der Palast ist. Aber ich bin mir nicht sicher und ich finde sonst kein Gebäude, das einzeln absteht. ich suche mir einfach mal ein paar Leute und frage nach. So. Äh, 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 General Palace. Okay. Äh, more friends are once bound to... ähm, polite. Äh, äh, sie weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal.